Der schönste Tag war mein erstes Fest. Mein erster Arbeitstag, wie sie mich aufgenommen haben. Mein erster Tag. Als es hieß, ich werde Festböme im Wacken mit übernommen. Die Feste mit den Mitarbeitern. Von Herrn Geiger, der damals die Reise für das zehnjährige Jubiläum kriegt. Das ist sehr schön. Als wir in Frankreich waren, war es zu viel. Wir hoffen, dass der Chef wieder eine Gute organisiert. Ich habe das, Chef. Unser großer Vorteil ist die schnellste und die Qualität unserer Produkte. Das hat etwas mit allen Mitarbeitern zu tun, die von Anfang an, von der Kundenaufnahme im Büro eine gute Arbeit leistet. Weil unsere Dita ist eine der migliorsten in der ganzen Europa. Wir sind die mehr schnell, die mehr zufrieden und die Qualität ist wichtig. Das ist die migliore. Dass man positiv nach vorne orientiert, Dinge weiterentwickelt. Das ist das, was mich hier fasziniert. Weil das Team und tatsächlich auch die Arbeit stimmt. Die Arbeitszeiten passen, das soziale Umfeld passt, die Zahlung passt. Weil man hier eigentlich alles kriegt wie in einem großen Unternehmen und dabei aber immer noch Mensch bleibt und seinen eigenen Namen behält. Weil es für mich persönlich keinen besseren Arbeitsplatz gibt. Es ist flexibel. Man hat nicht immer diese monotone Tätigkeit. Ich kriege hier Möglichkeiten, die ich woanders nicht hätte. Also ich bin Strateger, ich bin Konzeptioner, ich bin Umsetzer, ich bin Texter, ich bin Gestalter, ich bin hier so vieles. Stapler fahren, verpacken, be- und entladen. Alles mögliche, was hier für einen normalen Mitarbeiter anfällt. Ich denke, dass jeder Mensch einen Helden braucht. Und es ist auch sicherlich notwendig, dass wir in diesem Unternehmen einige Helden haben. Für mich ist unser Chef der Nummer 1. Im kompletten Unternehmen ist es unser Geschäftsführer, der Herr Geiger. Das ist mein Chef, Bernd Gemlisch, weil der geht immer auf den Schein. Wenn man es auf eine Person bringen müsste, würde mir persönlich der EG Diosiung einfallen. Ich kann sagen, dass über die ganze Mannschaft hinweg die Menschen alle einen sehr motivierten Eindruck machen. Es sind für mich alles kleine Helden. Wenn es brennt, stehen wir immer alle zusammen. Also wir sind alle Held. Danke. Das komplette Inneneinrichtungssortiment. Dann beleuchtet das Globus auf dem Dach von meinem Vakuum. Und das Gute dabei ist, dass es fast wartungsfrei ist, wenn man Edelstahl nimmt. Ein großes Schiff? Nee, war ein Spaß. Designerlochbleche oder so, ein bisschen eine bestimmte Art von Möbel oder so. Oder eine große Fassade, weil dann haben wir wieder viel Arbeit. Die Idee, die ich hatte, ist, dass unser Chef schon ein paar Jahre früher programmiert hat. Deshalb denke ich, dass unser Chef schon mehr vorhanden ist und mehr schnell. Ich dachte, dass die Italiener schnell waren, aber ich habe es falsch gemacht. Unser Chef ist mehr schnell als alle. Ich weiß es nicht, aber zu oft wahrscheinlich. Also jetzt weniger. Nein, vielleicht aus einem oder anderen Mal. Da gibt es, glaube ich, andere Dinge, von denen ich träume. Eher selten, tatsächlich. Weiß und Sand und blaues Meer. 1 Mann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020